Warte, ich kann jetzt aber die Map nicht ändern. Doch, kann ich. Ich ändere mal die Map. Ja. Die Supersuchtis. Wir brauchen keinen Trauer. Oh, da brennt es ja schon wieder in dem Scheißladen, ey. Ich bin auf der Scheune und der Andi bleibt draußen, das ist gut. Ey, lässt du das mal ganz... Meine Punkte, meine Punkte. Aua, ich brenne. Schlampe, Alter. Macht das hier einfach kaputt. Andi, kauf mal die Tür. Ich hab schon eine. Nicht hier, komm. Ah, wie kommt denn der da hin? Hab ich kein Geld. Du hast schon viel Geld, du bist das Gelbe. Im Zieren bin ich ja echt nicht gut. Ja, Schalke-Lock ist das ein bisschen, oder? Ah, Gott. Da ist was geiles, zufällige Waffe, geil. Wo seid ihr denn, wo seid ihr denn? Lasst mich hier halt alle alleine hier mit den Zombies. Das kostet aber auch ziemlich viel Geld. Ja, aber die kann... Das kauf ich mir dann auch. Wir können ja gleich hier oben bleiben, oder? Ja, schon. Ja, lass mich hier nur irgendwie alleine. Das schloss schon. Ja. Ja! Gott, erschreck mich doch nicht so. Ernst, sagt's jetzt mal. Uh. Was ist denn hier drin? Für eine zufällige Waffe kosten nur ein 100. Ach, ich hab keine Munition mehr, hey, nice. Ich schon. Wo ist eine Kiste? Wo ist eine Munitionskiste? Wo? Okay. Oh, hab ich dir jetzt den Arsch gerettet, Mann? Ne, ich hab die Messe durch. Das ist nicht mehr. Okay. So. Zufällige Waffe, jetzt hab ich mit dem Scheiß. Boah, ja. Ja, haha. Und? Ich hab keine Muni mehr, hey, hey. Ja, egal. Ich hab die geile Lippe kommen. Äh, hier ist ein fucking... Oh, oh. Die kommen hier hoch! Ah! Hä? Wo? Boah, ich hab seinen Kopf auch gemacht und das ist irgendwie voll komisch. Hier, warte, ist meins. Bist du das jetzt, bin ich das jetzt? Bin ich. Meine. Das war Flupy. Das war Flupy. Gut. Ja. Das ist ja irgendwie voll nicht... Boah! Nicht hilfreich, ja. Genau. Bitte nutzen Sie diese Waffe nicht in, äh, Räumen. Wir sind übrigens voll in Manimbleck, kann das sein? Ja. Okay, es wird so gemütlich. Äh, hier sind ein paar Leute. Leute? Ja, gut, dass du so eine gute Waffe hast, ey. Ja, ich hab sie jetzt mal mit nem... Messer abgemessert, wasste? Ich war! Ich war? Der Flupy hat das Rohr, ist ja... So ist es normal. Boah, die springen ja! Ja, vor allem sind's... Ich kann mir jetzt nicht so viele Waffe kaufen, nochmal. Das ist ja voll heftig, warte mal, ich schieß mal. Achtung! Wie jetzt? Die Pistole. Boah, die geile... Oh, fuck, hinter dir! Unter uns, mit... miteinander! Mit V-Messern. Aber ich weiß auch, ein Rocket Launch, der hat 20 Schuss, meiner. Ja, ich hab aber nicht genug Punkte jetzt, warte mal, geh weg! Nein! Ah, hilf mir auf, B! Brauchst du's? Ja, ich schaff das. Ich geb dir... ...ne Spritze... ...in deinen Arsch. Nee, vorne wahrscheinlich. Was denn jetzt? Was? Schon war mal ja wehgetan, ja, ich weiß. Ich hab mir's eigentlich sicher. Ja, das haben wir gemerkt, ne? Ganz sicher sind wir... Wie fehlt irgendwie... War die Wand vorhin auch weg? Ja, das ist ja gerade, da kann man ja nix... Genau. Ah, da kommt einer. Was? Wo? Hilfe! Ja, ist schon weg. Nee, nicht ganz. Ja, gut, der macht mich grad rot. Ja, ist schon weg, ja, komm. Macht er nix. Ey, Chris, warum... ...einfach nicht mal, während ich ihn wiederbelebe, irgendwie beschützen muss, ne? Hinter dir! Oh my god! Ja, getötet. Ich, Herr Flurie, weil ich... Ja, lass mir doch einfach... Ja, lass mich doch einfach liegen. Ja, ich hab mir so gespritze hier. Ist schon in Ordnung, passt ja schon in Ordnung. Auf die Leiter hier aufpassen wär doch geiler, aber... Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Vorsicht. Ja, explodier gleich. Ja. Boah, geh auf den Boden nicht, du scheiß Arme zu mir, ey. Hey, überhaupt cool, ey. Close Combat hier, Alter, da kommen sie alle jetzt hier. Was fischst du denn, Junge? Gib mal ne coole Waffe, fick dich. Ich bin tot, Jungs. Ja, machen wir gleich. Ich hab ja irgendwie doch noch nie, ich hätt nur nachladen müssen. Ah, es ist alles lustig. Boah. Ah, nein. Nee, jetzt hab ich keine Mundi mehr. Jetzt zieh ich aber auch die... ...hier 1 von 14 und so, ja. Boah, ich kauf mir gleich ein Juggerknock. Was ist ein Juggerknock? Ja. Juggerknock. Execution. Das sieht aus wie... Lass nicht mal hier. Deine Mutter. Gib mir doch mal irgendwas, was hilft. Yeah, sweet baby Jesus, Alter. Jetzt hab ich hier ne Waffe, damit kann man ja umgehen. Oh Gott, sie kommen hier rein. Wo kommen sie? Marikardin. Marikardin. Das ist reparieren. Mach ich schon. Okay, ich bewach die Treppe und... Müssen wir nicht irgendwo hingehen? Nicht, nicht auf den Juggerknock laufen. Aufheben. Was ist denn das? Es wird ja draufgesterben, alle Zombies. Ach, wie cool. Das ist ja recht hilfreich. Boah. Ja, von wegen, Alter. Die leben ja alle noch. Die leben alle noch. Echt? Es ist, Alter. Es ist ein Ost-Niruk, Alter. Die funktioniert nicht. Ja. Voll verarschen. Aber es ist schon geil. Da kann man ewig überleben. Muss richtig anscheinern. Aber wenn die sonderbaren Viecher kommen, ist das von einem. Achtung, beim Balkon kommt ein paar. Au. Help me, please. Help me. Help me. Ich mach's schon. Ich mach's schon. Ich mach's schon. Also mach du. Er macht's mir schon. Jetzt bin ich schon weg. Tschüss, Tiny. Nein. Ah, da kommt einer. Hilfe. Oh, jetzt bin ich. Ich bin tot. Verwösch ich mich gleich mal. Kann man euch nicht mal alleine wissen? Wie, äh, Wört die, boah, das ist die beste, glaube ich. Strahlkanone, okay. Das ist die allerbesten. Du hast voll Glück. Ey, echt mal voll Glück, Andi. Ja, er hat es seit jetzt. Ist voll scheiße, sehr. Nicht zum Giebe, sondern glückgiebe. Ja, der war es echt wahr. Das ist die erste Kanan. Hat es echt gebracht jetzt, ne? Okay, du hast die Leserkern. Nein, ohne, das muss ich sehen. Das ist ja voll, das ist ja voll, das ist ja voll, wenn ich jetzt gerade. Ein Schuss ist dort, das ist unnötig, Moni, was ich wohl zwar. Ah, hinter dir, zählst du, hilfst. Verwurrst. Ich hab maximale Munition. Für alle, ne? Oh, rettet mich. Ich schütze dich. Ja, rettet sie ihn, weil dann bleib ich hier oben und rettet mich nicht. Ah, ich weiß vielleicht auch, sterben, aber scheiße. Wo kommen die immer alle her, ey? Die ist... Ah! Kauf dir oben einen Schakernblock, wenn du gelungen. Schakernblock? Du darfst dich da auf die Kiste hin, ich kaufe mir jetzt da oben ein. Ach, ihr seid es, oh Gott. Warte, ich repariere nicht. So, jetzt halte ich was aus. Warum denn nicht? Ich bin jetzt umfunden, nur für kurze Zeit. Was, hier ist irgendwas, ne, doch nicht. Ne. Gott, ich will den Kiel mit der Strahlenkanone, ey. Hauptsache, ich hatte Strahlenkanone, ey. So, gib mir jetzt Strahlen gesagt. Oh, no way. Hilfe! Schau mal, ich bin tot. Ey, cool, und Tiny Qs auch gleich. Ich rette euch alle. Ich bin nicht tot. Ah, Vorsicht. Au. Ich hab einen Schakernblock, weil ich bin nicht tot. Bitches, komm. Hilfe, ich bin doch. Oh, der ist der. Oh, der ist der. Sag doch was, der da hinten ist, geht mir Vorsicht. Ja, hinter dir auch. Ist der irgendwie voll jetzt hier. Boah, man kann keine Beleuchtung, Alter. Ernsthaft. Ich bin für mein Fahrt. Ich muss nachladen, ich kann nicht nachladen. Oh, fuck you doch ein bisschen. Sterb doch alle. Ja, jetzt kommt mir Kopf, wir helfen, ich halte sie auf. Ja, bis zum. Belebt mich. Ja, geh over, Alter. Weiß Dreck. Oh, wie, ich weiß halt. Letzter Bin, hey. Oh, die Geist der Waffe. Du bist zweiter eigentlich. Ja, gut, ihr wisst immer noch dies. Das waren zwei Zombie-Matches und ich würde mal sagen, das war es erstmal. Ja.